Ja, ich und mein Arzt. Und da. Und da. Und da. Das ist da. Du. Ich gebe euch Deckung. Dein. Sein Mann unterwegs. Hau. Ich muss die Dialoge lauter stellen. Glaub mir. So. Das wird zu leise. Verpassen. Vorwärts. Dane. Bandit. Ihr legt sie ab. Profit. Gehen wir. Romeo 1. Initialisiere Burnout. Over. Geil. Verstanden. Romeo 1. Da müssen wir dich reinbringen. In den Dom. Das sieht nach Krieg aus. Der Alpha Chef? Nein. Erinnerst du dich an die Typen, die dich in Sibirien mit Carballs vollgepumpt haben? Nein. Die Typen, die dich für was, was ich viel lange kalt gestellt habe? Nein. An die Typen, die mich geskinnt haben? Nein. Und die dasselbe mit dir vorhatten? Sell diese Typen. Ein bisschen, ja. Ah, vergesse es. Das ist das. Dann machen wir. Profit. Ah, das ist nicht Lorenz. Ah, hau Refresh. Nein. Nein. Nanosuit. Okay. Wir wollen die. Wir wollen die. Warum? Nanosuit ab Muskelung Leul. Alle nicht erforderlichen Mitarbeiter überlegen. Das ist nex. Selt Security. K.I. Security. K.I. Nein. Wer hat es? Wer hat es? Ech. 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 Was? GGG Lifeguard? GGG Lifeguard. GGG Lifeguard. Was? Ech ist wohl? Ech ist wohl? Es ist kein Bildchen, das! Ahhhhhhh. Ohhhh. Ohhhh. Oh well it's gone. Was passiert ist? Egal. Ja, ich will nicht mehr im Ring stehen. Ich weiß eigentlich. Oh, ah. Ah. Ja, der hat ja seinen Hunter reingetan. Gehst du? Der hat's auch kaputt gemacht. Wir gehen durch die Vordertür rein. Das Überraschungsmoment ist unsere einzige Chance. Niemand wär so verrückt, das zu versuchen. Okay. Erledigen wir sie leise. Die haben Eingreifteams bereitstellen. Feuer! Vorrücken! Das ist nicht, dass sie den Tank mehr machen. Zur letzten bekannten Positionen vorrücken. Oh nein, da muss ich weg. Scheiße, das stärker. Deine Tatung, rette dich auch nicht, Arschloch. Oh du, wenn nicht, dann stehe ich eigentlich. Alles ab, schießt auf alles, was sie bewegen. Ine, schließt sie ihn vorwärts. Ah, hier kommt's schon. Jetzt B wieder schließen. Manchmal tun mir diese Mistkarle leid. Wir müssen ihn raustreiben. Gehen wir. Aber meistens töt ich sie nur. Und vorn findet ihn. Feuer frei, fallt ihm in die Flanke. Deine Mutter fangen weg. Ah, verdammt so. Schnell, bevor er entkommt. Ja, erschießt ihn. Verlust. Heilige Scheiße. Das ist so klug, dass genau da, wo die Schlacht ist, stehen immer so rote Fälle. No, jetzt nicht. Gehen wir an. Wehen. Wehen die susan. F. Lerner Lerner Schütze der Munition 5 und 9 durch den ja ich dachte ich kann sich auch so ja ja, ja down, ich bin ich dritte zu F F F F F so kann man es mit meiner ah ok und ein bisschen nicht durch den romeo 1 näher an uns dem ziel Aura ja ich bin nicht gut Schöne Sauerei den hier brauchst du vielleicht Nennbogen mach dich zu einem unsichtbaren Killer krasses Teil gefällt er dir nein nur weil ich dir das beste an euch gesagt habe der Bogen ist über Carbon Laser an deinen Nanosuit gekoppelt hat genug kinetische Energie um ein Nashorn zu töten Wechselköpfe zum Abfeuern von Sprengladungen und jetzt kommt's du bleibst dabei getarnt was sagst du jetzt klingt nicht übel gut dann lass uns gehen gehen wir ja so oh es geht ich bin so wo mega Da ist einer, 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 ohne Spaß. Die haben irgendwie keine Objekte oder was? Du sollst noch ein bisschen weggehen. Das stimmt. Ich guck, ich guck, dass sie irgendwo, ob irgendwo einer ist. Ja, bestimmt. Erf? Das stimmt. Romeo 1, wir sind durch Foxtrot 4 durch. Burnout scharf und bereit. Over. Ich guck, ich guck, ich guck mal lieber. Von dem, von dem, das, äh, hat das für die Textur nachladen müssen. Ach, halt den Mauern, Jakob. Oh, dein PC? Hier. Oh, gut. Kritische Gefahr. Windgeschwindigkeit übersteigt. Scht. Horst. Ich seh mich um, sichert mich. Ich guck dir. Mano-Boden. Ich bin noch ziemlich. Feuerschutz. Feuerschutz. Schickt uns nach. Schnell. Das ist unsere Nummer zu groß. Oh, gut. Vorwärts. Wunden bleiben! Bravo, bewegt euch! Okay, vorwärts! Halt den Mann schießen möglichst ruhig. Ja, ja, ja. Gah! 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 Wissen Sie rief uns. Ich bin noch nicht wiedergültig. Ich bin noch nicht mehr. nerf man hat er hat sich getraut ich hab mich tatsächlich getraut ja, hab ich nicht gedacht aber klug, oder? überprüft deine letzte position ich sichere dich oh mein gott du kannst dich nicht ewig verstecken wir finden dich erstmal zurück ja, er ruht dann wieder drüber ich geb euch feuerschuld ja, halt dein mausch fuck you nerf mann pfeil wieder nerf mann pfeil nerf mann pfeil wieder nerf mann pfeil wieder nerf mann pfeil wieder wie wir ihn zuletzt gesehen habt das wäre ja natürlich shotgun ich hab keine shotgun komm raus und stell dich du feigling ich bin kein feigling ah, aber jetzt nein, der leg mich da was ah, perfekt thank you uah uah check deine letzte position was, was merke oh, war das klug, oder was? deine tarnung ah ja, ich mach jagd hast du recht ich jage schweine ja, ich glaub ich auch jetzt keine Hilfe du bros hilf wer ich nicht geben kann oh, nein, du bist Was ist das? Okay Was ist das? Ah, ich will nicht wieder herunterkommen, oh Scheiße. Äh. 7, 2. Ah, der eine... Den einen hab ich da hinten abgeschossen. Und der. Das ist halt dabei, ich muss da auf die... Nee.